Jetzt schon langsam in die Richtung Wildmänner. Haben die an? Ja, na safe. Die haben uns doch hier ein paar Mal gekillt. Bist du deutsch? Definitiv. Na gut, und damit herzlich willkommen zu zwei neuen Runden CS. Ohne eine Runde neue CS. Ja, moin. Ja, mit dem Chap hat er jetzt wirklich nicht gerechnet, zweiter Auflagen. Ja, also ich muss sagen, mit dem Moin Chap hat er glaub ich wirklich nicht gerechnet. Bis gleich. Was du machen? Muss meine 2 suchen, das ist übergefallen. Oh Nick, ich brauch deine Hilfe gegen die Typen. Du musst mich doch mal im 1 und 2 finden. Den einen hab ich, der andere ist, äh, geht er lang? Geht er lang? Ja. Nein, sehr schön. Hier, halt mal. Okay, sehr. Diese Waffe halte ich sehr gerne, gerne. Ich finde den Skin gar nicht so geil. Gerne mit der Caserna, ich finde den auch nicht so schön, aber es ist dein Skin. Ja, ich hab den aber einfach random gedroppt bekommen. Der andere, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Der ist, Window hat 30 HP, 30 HP. Das heißt, ich muss ihm nur 12 Shots geben und dann ist er schon tot. Rechts. Was verstehst du nur unter rechts? Ja, keine Ahnung. Ich hab mir jetzt mal ne AOG saug gekauft. Hab long. Ich hab nicht long. Ich hab nicht long. Schmeiß ne HE rein, der ist low. Let's fuck them. Sehr schön. Dieser HE hat ihm anders die Ehre genommen. Nice. Ein richtig geiler Call. Absolut. Oder wie man in Deutschland sagt, die Ehre genimmt. Die mag zur Null ziehen. Aber die Geschichte zeigt, dass immer wenn ich das gesagt habe, dass wir das dann irgendwie nicht hinbekommen haben. Bitte. Er ist mir entgegengelaufen. Wie nett von ihm. Muss ich nicht mal wirklich Beintraining betreiben. Nein. Meine Uhr sagt mir gerade, dass ich aufstehen soll. Kannst du kurz eine Runde ohne spielen? Haben wir nicht eben irgendwas gesagt von wir wollen die ganze Null ziehen oder hab ich das nicht gesagt? Nö. Ja schon, aber wenn meine Uhr mir sagt, ich soll aufstehen. Achso. Ja. Ich meine, ganz am Anfang hat mir meine Uhr gesagt, dass ich atmen soll. Oh man. War da Hälfte wo? Bitte atmen. Wann hilfreich, hätte ich sonst vergessen. Ja, die kommen da unten noch. Als ob er mich geholt hat. Schön. Sehr, sehr schön. Dann machen wir eine safe letzte Runde. Let's go autolubish. Ich hab mir die nur gekauft, damit die sehen, wie viel Geld wir haben. Schade, wenn's kein zu null ist. Fuck it. Oh. Kein zu null. Jetzt kannst du von mir aus aufstehen und einschlafen gehen. Der eine hat eine 10-Jahres-Verdienst-Medaille. Ich will nicht sagen, dass die am Hacken sind, aber die sind hart am Hacken. Sehr schön, wo ist der andere? Wie soll ich das wissen? Hier hinter dir der ist da und hier hinter dir der ist da. Alles klar. Flash of darkness. Weißer ist so ein Skin, den kann ich mir von hinten die ganze Zeit angucken. Und natürlich den schönen Hintern. Vielleicht hab ich da einen guten Titel mitgefunden. Gar nix mehr machen, ja. Wenn's euch gefallen hat. Wie viel Likes, Paul? Für diese geile Runde? Ein bisschen höher, nicht so viel. Äh, 10 Milliarden. Alles klar. Ein bisschen höher. Sonst hab ich immer gesagt 10.000 und deshalb 10 Milliarden Likes. Wie viel, wenn's dir nicht gefallen hat? Einfacher. Alles klar. Ich kann kein Mathe, deswegen lassen die das sein. Ja. Dann, bis dahin. Du bist deutsch, du kannst fliegen. Ja. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich, äh, ja. Gut, ich möchte meinen Macbook und meine Grafikkarte an der Stelle noch grüßen. Ähm, ja. Achso, und übrigens, wenn ich groß bin, will ich mal Fliegenklatsche werden. Bis dahin. Ciao.